Und damit Servus zu einer weiteren Vorstellung. Heute stelle ich euch die erste Map, die im ModHub erschienen ist, vor. Es ist die Niemandsland aus dem LS19 in den LS22 konvertiert. Genau, die Map beruht eigentlich darauf, dass man eben ein Niemandsland ist. Man sieht schon, keine Heißer, gar nichts. Es gibt so gesehen nur da so ein kleiner See und was ist das da eigentlich? Trauben oder was? Und ein kleines Traubenfädel da hinten. Und ein Fädel mit einem kleinen Hof, den schauen wir uns gleich später nochmal an. Und dann gibt es da eben noch so einen kleinen Spot, den schauen wir uns jetzt einmal an. Erst einmal ist es alles von 1 bis 60 in Parzellen aufgeteilt, auf denen halt Forst etc. ist. Mit denen wir eben auch Geld verdienen können, indem man halt bestimmte Sachen dann verkauft. Dazu kommen wir aber noch. Genau, wir schauen uns jetzt erstmal da am Händler um. Also, man sieht schon, es gibt da eben einen Fahrzeughändler, es gibt eine Abladestelle, beziehungsweise ein Hofladen und Nummernhofladen. Gut, da vorne ist halt auch eine Abladestelle und da kannst du auch noch was verkaufen. Genau, da halt viele Balletten und so. Ah, muss ich glaube jetzt nicht viel dazu sagen. Ja, dann soweit ich war es, da kann man gleich mal gefüllen. Bin mir aber jetzt gar nicht sicher. Dann gibt es noch eine Tankstelle und eben einen Viehändler. Genau, wir schauen jetzt ins Auto. Also, der Sinderbeck hatte beruht darauf, dass man eigentlich mit nichts auffangen kann. Und dann trotzdem ziemlich schnell, ziemlich groß war. Und dann habe ich auch ein Projekt gemacht, auf Englisch prozentual in der Zeitrafe. Also, ich habe mir jetzt 19 dazu, dass es in Folge wieder rein, wenn er jetzt 22 gibt. Und ich versuche da jetzt auch XXF anzudrücken und zu Ort halt dann auch aufzugauen und mal schauen. Und dann, ja, man fängt da an, das an sich da nicht nix, wenn man alles verkauft hat. Und man hat dann auch einen Fehl dann und eben auch einen Wald. Das sind wir schon mal im LS22G wesentlich besser geworden. Der Wald schaut schon mal viel knackiger aus und da hält man sich dann auch viel länger aus. Auf und, ja, das laufen auch öfter Rehe umeinander und so, das fühlen wir auch eigentlich ganz schön. Genau, und dann versucht man sich halt da einfach hoch zu arbeiten. Und, ja, da fangen wir an zu den Traubenfeidl dann über. Die Fazelle ist, dass es nur noch 3,3 ist, gebt es nur noch nicht auf den Fällen davor. Ähm, ja, also ein Projekt, das selber und so. Und, ja, also mir fällt die App ziemlich gut, schaut jetzt auch wie das Market aus. Gut, äh, YouTube wird das dann wieder komplett anders machen, leider. Ähm, ganz viel hart. Ähm, das muss ja auch mal ein Fachgelässer sein, oder was anderes ist. Äh. Was ist da jetzt los? Das sind gar keine Trauben. Naja, aber ist ja auch wurscht. Ähm, man sieht schon, es ist ziemlich viel Forst, ziemlich viel Baum, die man dann wegschneidet und eben dann muss hinbauen können. Das sind natürlich alle Feldfrüchte enthalten. Äh, ja, gut. Das müssen jetzt alles pütteln, scheiße, jetzt alles mit drauf. Ja, also eigentlich ein ziemlich cooles Aufbauprojekt, so gesehen von 0 auf 100. Äh, und ziemlich cool, dass das jetzt auch wieder in my LS22 möglich ist, meiner Meinung nach. Äh, grundsätzlich Emotab Download war. Ja, und meine Empfehlung ist auf jeden Fall für den Anfang super nett. Äh, mal schauen, dass es irgendwie in den anderen Maps noch im LS22 gibt, aber mir gefällt das auf jeden Fall sehr gut. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Meine abschließende Bewertung kriegt 4 von 5 Sterne die Map, weil es einfach super knackig im LS22 ausschaut. Danke fürs Zuschauen. Servus.